Wie groß ist die Enttäuschung, dass es nach dieser Saison schon bei der MT für euch nicht mehr weiter geht? Natürlich sind wir enttäuscht, dass das ein Jahr vorher schon zu Ende geht. Das haben wir uns anders ausgemalt oder uns erhofft, und natürlich sind wir da ziemlich enttäuscht drüber. Aber es gibt natürlich jetzt auch eine gute Nachricht, ihr habt beide interessante Klubs gefunden, ne? Definitiv, also gerade nach den letzten Wochen, die sehr schwierig für uns waren oder mit der Enttäuschung umzugehen, freut man sich natürlich, dass da noch andere Vereine Interesse zeigen und dass wir noch mal auf dem Niveau noch mal Handball spielen dürfen. Jetzt sind es noch zehn Spiele bis zum Ende der Saison, bis zu eurem Abschied. Mit welchen Gefühlen blickt ihr jetzt auf die kommenden Wochen? Natürlich freuen wir uns auf die Spiele, weil wir gerne Handball spielen und gerne in Melsungen und in Kassel gespielt haben. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und hinten raus werden wahrscheinlich ein bisschen traurig sein, dass es im Sommer zu Ende geht. Für Philipp Müller wird es am Sonntag ein ganz besonderes Spiel. Es geht nämlich gegen den zukünftigen Klub SCDAFK Leipzig. Was erwarten Sie bei diesem Spiel? Ein Sieg der MT. Und rein von der Stimmung her? Ja, das ist immer sehr, sehr spannend oder sehr ungünstig, wenn man dann einen Wechsel schon vorher bekannt gegeben wird. Aber trotzdem werde ich bis zum letzten Spieltag alles geben für die MT. Ich freue mich natürlich auf die Stimmung in Leipzig und dann schauen wir mal, wie die Reaktionen dann in der Halle sind. Jetzt ist das zweite Mal dann in dieser Karriere von euch beiden, dass eure Wege sich trennen werden. Wie blickt man jetzt darauf? So ist es im Sport oder im Profigeschäft. Aber natürlich sind wir da schon ein bisschen traurig, wenn der Zwillingsbruder dann nicht mehr in der gleichen Stadt lebt und man ein bisschen weniger Kontakt hat. Aber so ist es und er ist ja nicht aus der Welt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.